Das ist um den Tor, mir ist das ein, der schreckt gern, der hat überhaupt kein Bewusstsein davon. Und ob er gut oder wenig gut, der spielt gern und der schießt gern Tor auf den Schuss auf. Der merkt das auch. Letzte Woche haben wir die erste Spiele. Die haben noch keinen Spiel gemacht. Heute? Die haben noch keinen Spiel gemacht. Und deshalb haben wir den Platz, der gehört eigentlich in die andere. Die Mannschaften werden einfach so aufgeteilt. Und die wollten die Zauberal gewinnen. Super! Jawoll Maxi! Ein starker Verteidiger. Aufpassen! Aufpassen! Geh nach vorne! Geh nach vorne! Jetzt! Nochmal! 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 Ja bravo! Ja bravo! Ja bravo! Ja bravo! Ja bravo! Ja bravo! Marco nach vorne, auf Marco, nimm ihn ab, jetzt Marc, schieß weg, jawohl, bravo, schön Marco. Max, geh hin! Ja, geh, 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 geh auch mit! Ja, geh! Völklerkämpferei! Du! Auch Fabian, gut! Oh, mein Gott! Oh! Ja, was denn? Bisschen Kurven gesagt gehört dazu, ey. Nach vorne, Marco. Nach vorne. Fabian, geh mit, Fabian. Auf, Fabi, lauf rein vorne. Passt da rein. Super. Ah, schade. Ich lasse da mehr der Bein nicht hin. Das ist mir die zweite vergebliche Chance. Das ist so ein Schocker. Ja, Fabi? Ja, jetzt, Fabi. Ja, jetzt, Fabi. Wiederher, Fabi. Das wäre ja zu schön gewesen. Die Ansätze sind so gut. Kommt doch vorne. Bravo. Ja, wenn Sie schießt, dann schießt es doch. Aber wir kriegen das nicht. Bei mir sind ein Unproblematisch. Ich kann das alles nicht. Raus, 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 raus. Erfolg. Bravo. Weiter geht's. Ich hab's. Auf, bitte. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Das ist immer das Rüsste. Hört, ihr kommt. Geht ihr nach vorne? Das sehe ich nichts mehr. Auf, Herr, ich bin weg. Gut, schneller rein zum Fabi. Fabi, lauf. Nach vorne, nach vorne. Fabi, lauf. Jawoll, jetzt geht's. Und auf in die Mitte, Fabi. Jetzt ein Tor, jetzt ein Tor. Zack. Oh. Und nicht nur rumstehen. Wer nur? Weil wir haben, was Leute hier ist, die gute Achtung, die Mannschaften, die Mannschaften, die Mannschaften, das war in der Welt. Jetzt lasst das sie jedes Jahr auch noch stehen. Can? Can? Ilyas, nicht nur stehen. Can? Auf Ilyas. Can? Das ist jetzt euer Tor. Ich glaube, das wusste der schon vor dir. Nein. Weißt du doch, letzte Woche, dein Sohn und mein Sohn kennen in andere Richtungen, haben einmal den Ball gehabt. Es gab in irgendeiner englischen Liga mal ein Spiel. Lauf vor, lauf vor, Ilyas. Vor's Tor, Ilyas. Vor's Tor, Ilyas. Jetzt mal in Reikon. Nochmal. Halt ihr rein, halt ihr rein. Was ist denn jetzt? Ilyas vor's Tor. Jetzt mag doch raus, mag doch raus. Schneller Konter. Schliess. Auf, Maxi. Ja, auf, Maxi. Weg, weg. Weg. Kausch, ich mich, kausch. Jawohl. Ich guck dich hier hin. Ich guck dich hier hin. Ich guck dich hier hin. Ich guck mich einfach ein bisschen ran. Oh, ich guck mich. Oh, sie sind doch ein bisschen gut. Tschüss. Was? Ja, komm, Herr day. Auf, weg. Fabi, hin. Fabi. 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 Zum Fabi. Fabi. Zum Fabi. Tschüss. Dann bist du auch alle. Tschüss. Tschüss. Fabi läuft ein bisschen hin zum Elf! Hol dir den Ball! Auf, Fabi, ran! Jawoll! Weiter! Du darfst gar nicht der Stimme machen. Rote Karte. Rote Karte für den Herrn in Bege und Birken. Wieso? Der ist Betreuer? Ach so, okay. Aber das ist ein... Wieser Sie! Gute! Pistuch! Komplett! Helfer zu dir! Du darfst? Du darfst! Du darfst! Du darfst! Du darfst. Lauf noch ein bisschen, lauf noch ein bisschen, jetzt zum Fabi, jetzt zum Fabi. Herein nach vorne, herein nach vorne. Schade, wenn der vorbeigegangen wäre, wäre es gut gewesen. Ja, das ist der Hammer. Vor allem, der Trevi, der den Ball trifft schon. Der hat schon ein bisschen geschossen. Bravo! Er hat doch das Deko ausgezogen. Was ist das? Ja, der hat wohl gestänkert. Was ist denn? Warum kommt keine Witte? Ach so, der Herr da. Der muss noch verschiedene Füße für den anderen, was machen muss. Ja, ja. Ja, ich freue mich. 13-0. Auf. 13-0. 10-0. Ja, komm, anstehen. Auf. 10-0.